Ich brauche wieder zu Hause und jetzt gibt es erstmal einen Protein-Shake und das Sleep Powder für mich, denn Papa will sich auch wieder in guter Form bringen und deswegen geben wir jetzt zwei Löffel Whey, das sind ungefähr 48 Gramm Proteine und ein Löffel Sleep Powder. Das ziehe ich mir jetzt rein und dann lege ich mich schön in die Haier. Auf geht's zum Training, heute werden alle Grundübungen auseinandergenommen Leute. Und natürlich nur mit geiler Trainingsmucke, ich habe neue Mucke wieder am Start. Mit dem Lied pumpen wir heute die ganze Fresse weg. So, Terrassen-Chillen ist hier angesagt. Er ist auch voll am Chillen hier, ist auch echt warm, richtig geiles Wetter. Und weil er mein TikTok immer so auseinander nimmt, gibt es jetzt wieder was Neues. Hier geht es heute gerade von der Daimata. So, dann baltet das hier. Ganz neuer Auge, die Auge, jetzt bietet das mal wieder an, wo ihr noch kommt. Nein, nicht mehr! Alles noch ein bisschen mehr! Noch ein bisschen mehr! Heute gibt es noch ein bisschen mehr! Da habe ich gesagt mach mal Beine, weil wirklich so alles hart und so. Ich wusste nicht, was gibt es sonst jetzt? Gerade mein Protein-Toast von Nailsops werde ich mir jetzt nochmal schön gönnen auf Low Carb Basis. Gerade nämlich, da könnt ihr es sehen. Das gönne ich mir jetzt. Aha, ja, sehr interessant. Oh ja, lecker Leute. Gefällt euch das? Ja, und sonst habe ich mich heute gar nicht so viel gemeldet, Herr Bruder.